Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und der Mac-Hilfe. Heute ist es ein Video, wo ich euch nur frohe, frohe, frohe Oster wünschen wollte. Heute ist Oster und feiert mit eurer Familie und ich hoffe ihr bleibt ja gut wie immer. Und ja, feiert schön an Ostern, wollte ich euch einfach nur sagen. Und vielleicht bekommt ihr vielleicht, hat der Mümmelmann bzw. der Osterhase für euch ja auch ein kleines, vielleicht auch schon ein kleines Geschenk irgendwo. Wer weiß, es ist ja ziemlich unterschiedlich was der Osterhase eigentlich einem bringt. Bei den einen ist es nur Süßigkeiten, also Osterhase oder so. Bei den anderen sind es ja zum Beispiel Filme. Gibt es ja auch, soll es ja auch geben. Ist mir immer passiert. Und daher lasst euch reich beschenken vom Osterhasen. Und ich bin auch mal gespannt, was ich heute bekomme. Und ja, das war es eigentlich so von diesem kurzen aber kleinen interessanten Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich wollte euch einfach nur frohe Oster wünschen. Das war es von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.